hallo ihr fantastischen menschen da draußen willkommen zu einer neuen in gameboy premium homo folge und heute möchte ich euch das wunderbare spiel flutter vorstellen oder oder flutter je nachdem wie man es ausspricht und zwar ist das ein ganz ganz fantastisches puzzle spiel für den gameboy color ihr könnt euch die physische version bei ferrante crafts bestellen es ist ein wunderbarer relativ neuer online shop da so einige schöne gameboy spiele im angebot hat also homo spiele dieses spiel kriegt ihr in zwei verschiedenen versionen entweder nur die cartridge für 16 euro oder mit box und manuel für 40 ich habe mir die box version geholt oder alternativ könnt ihr euch natürlich auch das spiel gegen eine kleine spende oder kostenlos kannst du mal als rom datei runterladen alle links habe ich euch unten verlinkt und ich möchte euch jetzt erstmal ein paar impressionen von der wunderbaren verpackung zeigen an und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist auf jeden Fall sehr bunt, was natürlich fantastisch ist. Das heißt, es läuft natürlich nicht auf den guten allen DMG One Game Boy, sondern wirklich ab Game Boy Color oder besser logischerweise. Aber das ist auch wirklich nötig und ihr werdet auch sehen, warum. Und wir gehen auch sofort in das Spiel rein. Wie ihr seht, das ist das Spiel. Ihr habt keine großartigen Optionen oder ähnliches, braucht ihr aber nicht. Und ihr seht jetzt dieses Spielfeld hier und euer Ziel ist es, das ganze Spielfeld muss nur eine Farbe aufweisen. Und dafür habt ihr 25 Spielzüge. Die habt ihr natürlich auch oben entsprechend eingeblendet. Und wie mache ich das jetzt eigentlich? Und zwar fangt ihr immer ganz oben links in dem Eckchen an und müsst jetzt eine Farbe aussuchen. Und je nachdem, was für eine Farbe ihr aussucht, desto mehr schließen sich derselben Farbe natürlich an und euer, ich sag mal, Arbeitsbereich wächst. Ist ein bisschen blöd zu erklären, aber ich zeige euch, wie es geht. Das ist dann, glaube ich, auf jeden Fall besser. Und zwar seht ihr ja, oben links ist die Farbe jetzt Pink. Und wir können uns hier jetzt eine bliebige Farbe aussuchen. Wie ihr hört, es gibt leider auch jetzt keine großartige Musik oder ähnliches. Und da würde ich sagen, es sind ja drei lila Blöcke oben hier anschließend. Das heißt, nehmen wir einfach mal das. Und wie ihr seht, ist das jetzt alles lila geworden. Und das ist jetzt unser Arbeitsbereich. Wir haben jetzt quasi alles Lilane für uns erobert oder wie man es auch nennen will. Und wir haben jetzt noch 24 Züge. So, und jetzt gucke ich natürlich, was nehme ich jetzt weiter? Das Spielfeld an sich sieht übrigens wirklich immer komplett anders aus. Wie gesagt, es gibt keine Musik. Die Soundeffekte sind uns sehr zurückgefahren, ist aber für mich in Ordnung. Es mag vielleicht ein kleiner Kritikpunkt sein. So ein bisschen schöne dudelige Musik wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. So, ich gucke mir das mal an. Okay, wie viele Felder von einer anderen Farbe kann ich jetzt maximalst einfärben? Ich nehme jetzt einfach mal Gelb, weil dann kann ich nämlich dann, sehe ich ja, auf das Pinke dann zurückgehen. Wo ich dann ja schon ordentlich was einfärben kann. Also dann nehme ich jetzt das Pinke. So, jetzt haben wir noch einen relativ großen Bereich. Und jetzt, wie wir sehen, grenzen wir durchaus an vielen blauen Bereichen an. Also würde ich jetzt blau nehmen. Und jetzt haben wir natürlich auch sehr groß die Chance. Gelb würde ich sagen. Also wir haben da oben rechts gelbe Blöcke, dann da unten nehmen wir das mal. So, und jetzt ist es eigentlich auch eindeutig, ich würde jetzt auf jeden Fall grün nehmen. Und wie ihr seht, so tastet ihr euch langsam, aber sicher danach, das ganze Feld mit nur einer Farbe zu füllen. Das Problem ist halt wirklich nur diese Zuglimitierung. Deswegen ist das gar nicht so einfach, wie es gedacht ist. Es ist natürlich alles theoretisch immer schaffbar. Das schon. Es ist alles nach einem Algorithmus dann überprüft worden, ob das auch wirklich so machbar ist. Aber ist natürlich nicht so einfach. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, entweder Rot oder Pink. Ich würde jetzt einfach mal Rot nehmen. So, und dann jetzt wieder Rosa. Ja, dann haben wir jetzt hier wieder sehr viel Blaue angrenzend. Also mache ich es jetzt mal Blau. So, und dann gucken wir mal. Okay, das Lila da oben, das bringt uns momentan nicht viel. Ich will so ein bisschen in diesen gemischten Bereich da hinzudrängen. Und da gucke ich jetzt gerade mal. Ich glaube, da wäre wieder Gelb gar nicht mal so schlecht. Ja, und dann jetzt wieder Rosa, wenn ich das richtig sehe. Ist natürlich immer so ein bisschen mit Raten dabei. Ich glaube, diesmal können wir aber auch jetzt endlich mal Lila nehmen, dass das eingefärbt ist. Okay, so, also jetzt haben wir das Problem mit. Wir haben jetzt unten quasi einen Bereich, wo viele Farben sind und unten, also unten links und unten rechts. Jetzt ist natürlich die große Überlegung, wie mache ich das? Und zwar würde ich jetzt glaube ich, also entweder Grün oder Blau nehmen. Also wenn ich Blau nehme, dann könnte ich danach Gelb nehmen. Auf jeden Fall. Und zwar sowohl im linken Bereich als auch im rechten Bereich. Also nehme ich jetzt einfach mal Blau und dann Gelb. So. Dann würde ich jetzt Grün nehmen. Das fällt natürlich jetzt ganz stark auf. So, okay. Wir haben noch 10 Möglichkeiten und stehen gar nicht so komplett schlecht da, würde ich sagen. Ähm, ich würde jetzt fast sagen, dass wir Rot oder Pink oder Lila nehmen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal spontan auf Rot gehen. So. Und dann jetzt auf Pink. Und jetzt auf Blau. Und jetzt auf Grün. Ich hoffe, es geht einigermaßen auf. Wenn ich jetzt Gelb nehme, dann haben wir schon mal mit Gelb eine Farbe weg. So. Dann würde ich jetzt, glaube ich, Rot nehmen. Weil Lila würde sich natürlich jetzt anbieten, weil wir oben jetzt so viele einzelne Lila Blöcke haben. Aber, wenn ich jetzt Lila nehme, dann habe ich jetzt nämlich schon einen Zug irgendwie verhunzt. Und ich komme das Lila unten links nicht ran. Das heißt, ich würde mich da dann erstmal rantasten wollen. Und wenn ich jetzt Pink nehme, habe ich auch kein Pink mehr über. Und dann nehme ich jetzt Lila. So. Und dann einmal Rot und einmal Blau. Und ich habe es geschafft. Ich habe es jetzt zufälligerweise beim ersten Mal geschafft. Ihr wisst gar nicht, wie viele Versuche ich schon gemacht habe und bei keinem so glücklich vorangekommen bin. Das finde ich ganz froh, dass ihr das euch gut demonstrieren konntet. Und wie ihr seht, jetzt geht das alles wieder von vorne los und mit neuen Farben und komplett neu durchgemischt. Und das mag jetzt auf den ersten Blick wirklich nach wenig Optionen klingen und sowas. Aber das ist wirklich so ein super Puzzlespiel, was man super mal zwischendurch spielen kann, wo eine Runde immer noch geht. Also ich kann euch das Spiel wirklich nur empfehlen. Vor allem auch in der physischen Version, ob euch da vielleicht die Cartridge irgendwie reicht. Da kann man sich sogar die Farben aussuchen, wie die Cartridge aussehen soll. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Versand ist übrigens bei Ferrante Crafts aus den Niederlanden. Das heißt, viele Grüße an unsere wunderbaren Nachbarn. Das heißt, die Versandwege sind auch ziemlich kurz. Und das ging alles relativ schnell. Das ist ja auch immer gut zu sagen. Ihr müsst auch keinen Zoll bezahlen und ähnliches. Und die Versandkosten sind nicht übertrieben. Also, ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso gut wie mir. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Reinspielen. Macht's gut!